hallo und willkommen zurück zu hafte humans waren das letzte mal mit den schildern hier unterwegs da 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 weiß ich noch was also ich habe gerade nachgeschaut so ich habe aber in der zwischenzeit dann schon mal provisorische bisher was aufgestellt also wobei die haben wir zusammen aufgestellt der punkt ist ja es muss jetzt wieder hinschreiben oder ach nee stimmt das hat das waren die unteren ich muss ja die oberen hier anklicken genau ich habe das hier ein bisschen umgemacht das heißt ich muss jetzt kein weg stein eingeben ich kann auch ein overlay eingeben und das macht hier trotzdem sein zeug mal also das zu unseren schäfchen gucken wir gleich mal unseren reihenweißen schäfchen waren ja schon immer rein weiß das war das dann zentrale habe ich tatsächlich auch schon gemacht zu pass auf da hätten wir dann das schilder da fehlt natürlich ein star in den wald noch und wohin auch immer es da geht wobei es sind sind wird es machen wenn das da auch dann zum diesen forschungslabor irgendwo mal gehen würde aber ja ich meine ich bin dies haus ist also für ein baumhaus ferien da sind ja da ein bisschen auf dem weg einfach noch das weiß nicht ob ich das mit ausschreiben würde aber fakt ist ich habe tatsächlich jetzt schon mal wir haben tatsächlich schon die eins ersten zwei drei sachen ausgeschildert wie viel sind es macht das weiß ich jetzt auch nicht ja okay also ich habe heute ein paar sachen die wir machen möchten also neben dir da dich mache ich mal tatsächlich offscreen habe ich jetzt festgestellt ja die kriegt mal hier ein paar offscreen sachen das mache ich dann einfach mal ja dann macht der seid ihr da okay kann auch gute arbeiten ja das griechische das kriege ich schon noch also pass auf ich habe gedacht wir könnten ja in unserer baumstadt und da lief er den ewig langen weg da hoch wir könnten ja in unserer baumstadt tatsächlich mal ein bisschen das andere haus da weiterbauen also ich hätte da lust drauf auch will das mein gehen nicht okay und das könnte man auch mal fertig gestalten stimmt es geht ja hier erst hoch ich würde da gerne noch ein bisserl ich würde da gerne noch ein bisserl optimieren erstens braucht das ding türen zweitens es braucht nicht so viel aus wobei schon schick aber die da außen müssen wir mal gucken wie mit die machen ob man die wirklich lassen weil wir möchten ja eigentlich sind das heute wieder wir möchten ja eigentlich gucken wie man das hier anstellt aber interieur fehlt hier tatsächlich auch noch also das ist hier tatsächlich auch noch ein bisserl jetzt da oben eigentlich irgendwie hoch dachboden vielleicht jetzt eigentlich das dritte haus bauen aber wir müssen ja deshalb auch irgendwie müssen optimieren weil das ist ja sie kommt auf jeden fall haus hin das ist nicht so schwer das kriegen wir auch noch ich meine wir haben ja hier schon eins schick fertig gekriegt ja doch das ist ganz okay ich meine wir haben uns keine bildchen wir hätten vielleicht hohe bilder aufhängen können wird mir gerade so oft aber hey jetzt fehlen halt hier noch die fehlen hat hier noch zwei bis sie ist aber auch die werde ich eher aufs screen machen die werde ich ganz für mich machen ja du wirst dich die erst dann machen ich weiß nicht wieso wenn ich auch die anderen macht weil dann habe ich kann ich mir im Prinzip so nehmen kann ich den die geschichte geschichte geben und zwar komplett das nehmen wir alles mal mit das brauchen wir alles nicht genau die schildchen hier die ich weiß ich müsste bei ebony eigentlich auch noch was machen das ist normal aber gerade wir jetzt tue ich die tatsächlich hier rein die kann ich wegschmeißen die braucht kein menschen mehr und das sind zwei werkzeuge die ich halt jetzt noch und da habt die 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 ich halt brauche oder auch nicht also aber weißt du was die schmeiße ich mit dem system mit ins system da oder stören sie nicht jetzt haben wir hier schon wieder und die hier schmeißt man weg gebrauchen keine wegsteine tatsächlich die frage wollen wir die behalten oder wollen wir hier auf ernst wer will schienen ich meine das wird schon auch gehen aber ich glaube nein ich glaube wir machen das so dann ist aber die frage wie machen wir es denn hier mit wo kommen denn diese tollen baumstümpfe her wo wollen sie hin die sind eigentlich wenn ich das richtig sehe bis auf den einen nicht notwendig das heißt das ist hier der droppe also das ist ja wieder mal vergisst t und mal ist er nicht und robenholz schön dass sie leider übrigens stehen bleibt also dafür was ausprobieren muss haben uns interesse wenn ich das so macht dann bleibt sie wahrscheinlich nicht stehen oder doch die bleibt stehen das ist auch cool kannst du leider in die luft bauen das will ich ja jetzt fast ähm das wenn man gewusst hat jetzt aber darf ich das nicht einfach pass auf pass auf ach ja das war's mit den leitern schulde ne pass auf dann brauche ich jetzt sie mehrmals leider zack ich meine die kann ich ja da drauf bauen ne und dann kann ich da einfach weiter hoch wieso nicht ich nehme es gerne und was ist das dann hier schick wäre wenn das die schlaf ecke wäre das wäre ja jetzt schick naja gut normalerweise würde ich sagen ja aber das ja eh nochmal am boden werden soll machen wir so das macht dann mehr sinn dann können wir hier da bisserl was gemütlich sein machen ich habe doch ich meine die benutzen ja hier wahrscheinlich nicht so zoll verschiedene glasscheiben wir können das alles wegen so in dem stil machen was haben wir denn hier für glasscheiben hier haben wir schwarz getönte glasscheiben ok hab verstanden dann nehmen wir hier schwarz getönte glasscheiben schwarz getönte glasscheiben schwarz getönte glasscheiben nehmen wir dann einfach mal schwarz getönte glasscheiben Wie machen wir denn das da oben? Weil, pass auf. Wenn wir hier sind. Wie ist das denn gedacht? Weil du kannst dir hier auch nichts draufstellen, ne? Ne. Wie ist das denn? Ich möchte... Wir machen das so. Und ich baue... ...die hier nochmal eins runter. Also quasi so. Vielleicht nicht in massiv, oder? Weil massiv ist der Effekt weg. Das ist massiv war jetzt nicht geplant. Ähm... Ist die schon wieder an? Immer an? Äh... Wo sind denn die Stufen? Ja, ne. Da unten... Ja, richtig nicht. Zack. Ja. Die eine fehlt natürlich, ne? Hoppala. So. So. Und dann machen wir jetzt, damit das Ganze auch passt. Also ich hoffe, dass das dann passt. Mal gucken. Das sehen wir jetzt dann. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. gerade auf. Wir könnten auch... Mal vom Regen abgesehen. Mal gucken. Mal gucken. Einfach hier Gas so rum zumachen. Death... Da habe ich ihnen jetzt was weggenommen, das hätte ich nicht wegnehmen sollen. aber das ist okay das macht man mal wieder hin so hier machen wir einen ganzen hier auch der wir machen hier tatsächlich achtung und das heißt dann jetzt was moment oder ist das acht es ist fichte richtig dass wir uns dann jetzt hier tatsächlich zack ja jetzt fehlt mir hier wieder ein stück hier naja so pass auf so und so gott ist das hier wieder wir müssen unbedingt schlafen zack er hat läuft als was auf aber aber früh am morgen grüß gott die herrschaften ich finde es schade dass man dann nur so wenig raus gucken kann da wäre es cooler wenn man aber gut das ist jetzt wie es ist da kann ich nichts machen das ist schon einen guten blick wenn die dinger nicht werden in der anderen zeit sie wollen ja wir wollen sie nicht übertreiben es soll ja trotzdem noch irgendwie in irgendeiner art und weise inhalt bleibt jetzt aber alle gebraucht verbraucht ich bin zufrieden so ja da jetzt daraus guckst hast du auch an uns mega blick dass der mega blick und das ist auch nur halb so cool fällt mir gerade auf wir bräuchten der werkbank wobei da haben wir jetzt sogar eine hier dann nehmen wir einfach die die wir hier haben wie wärs mit der da ach so so vielleicht geht es dann nicht ach ja das geht ja hier auch nicht weil geht es müssen wir von außen ran das mit sticks mit zum von außen ran habe ich sagt alle ja das hat doch geklappt und nur bisserl ja gut nicht alle okay jetzt haben es geschafft okay so war das gedacht können wir das ein bisschen verschlanken kind noch mal gucken ja das das kriegen wir schon fenster fenster tue ich alles treppen werden dann ganz netten weil ich habe ich hier im prinzip das normal ach ja hier habe ich voll ok passt hier habe vorhin eine treppe die machen wir den jahr hat ja auch mit deswegen denke ich bin wir entweder hier auch treppen benutzen oder doch wenn wir ja auch treppen benutzen könnten statt die slabs hätten wir auch was mit fenstern zu stellen also pass auf also auch hier stadt selbst treppen stadt slabs treppen ist ja möglich kriegen wir hin so stadt slabs treppen müssen wir sparen habe ich verstanden und weiter runter da wir kommen doch heute schon noch zum ziel was auf alles also das war ja irgendwie so ne so das dürfte also reichen ja so zirka das war ich wenn der gängige musik ja besser also selbst die treppen selbst die treppen ja das ist nicht so leicht hier start slabs die treppen ja das ist die treppen ja 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 aber es hat wenigstens exakt gereicht jetzt können mich das dach wieder zu machen und jetzt nachdem er hier die treppen haben kann ich dann hier auch tatsächlich hier ein bisschen meine scheiben drauf klatschen kann ich nicht doch kann ich da muss ich da oben nur weiter treppen machen wahrscheinlich als haus ist neu los das waren zu wenig was getönt die glasscheiben sagen wenn dann geht das schon auch so die frage ist habe ich noch mal eine glasscheiben schwarze lasst du ach so waren dass wir mache ich jetzt also die waren dann ähnlich also die wären theoretisch schüsselbar gewesen müsste aber dann auch gehen wenn ich moment haben wir so viel mehr haben wir nicht kohle holzkohle kohle pulver zack dann habe ich hier mal zack zack dann machen wir uns hier leicht das geht ja wohl schlecht aber hier so zack ja das reicht erst mal so das hätten wir dann müssen wir halt jedoch noch mal hoch hier drauf könnte man noch eine terrasse bauen ja alles aber jetzt wird es jetzt wird es schon trinne also pass auf alle brauchen wir brauchen wir brauchen wieder triebchen die reichen diesmal nicht wieder hat naja das macht nur mein haus auf zu hübschen stimmt ja ich bin so dämlich ich habe doch das crafting ding dabei was mache ich denn hier neuerdings ganz na komm sag mal einfaches loch durch das muss man doch durchkommen können nein nicht zu weit runter ich mache das jetzt so dass sie anscheinend auch nicht ja wie man das da unterm baum dann löst das weiß ich auch noch nicht und da konnte ich mich jetzt neig quetschen ja genau genau verkehrt rum ist die beste idee die es gibt nein komm mag es gescheit aber das hat auch wieder dieses ich weiß nicht ob das schön ist das muss man mal rausfinden wenn nicht ich meine man kann da ganz bestimmt ich meine ja dann kann man hier um großen dicken draus machen und baut da oben nochmals drauf gelände oder so wichtiger wäre es glaube ich erst mal irgendwie auszufinden wie ich in diese lücke ich hier ja so geht's okay dann machen wir hier raus das ganze auch noch mal massiv und hier machen wir auch noch mal baumstöpfel drauf hätte gesagt aber und das war ein bisschen massiv ist massiven stoff massiven stoff dann mach mich jetzt zu weil ich möchte dann glaube ich gleich eine leiter hoch bauen das ist glaube ich okay dann müsste das der hier sein wenn wir hier dann die leiter wieder haben können wir die wahrscheinlich direkt drauf setzen natürlich können wir die direkt drauf setzen mit aber daran kann ich sie nicht sehen was zum was was ist das was was ist das jetzt cooles das ist vielleicht jetzt was 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 er denkt doch so aber 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 das geht doch hier ja ach ich kann leitern auch in die mitte eines blockes stellen einfach so frei ach das geht schön dass man das auch mal erfährt das ist irgendwie cool ja das ist cool ja was machen wir jetzt damit und auch nichts mehr ja das finde ich schick aus platzgründen jetzt war nicht machbar das möchte ich gern das gefällt mir einfach so mitten im blog eine leite also so mitten quasi so da hast du leiter oder darauf ich wusste gar nicht dass das geht und immer noch entdeckst du neue sachen von den karmen der dinger na also ja die haben schon was das zum zieht man die auch mal so richtig von der seite ach ja das sieht aber schön also ich meine so was gibt es ja auch so im prinzip aber es fällt mir einfach so freisch dingsen hoch und ja haben jetzt ja also ich finde das schon ganz nett und dann kannst du da auch einfach rauf kraxeln ja nimmst du nicht übel aber das müssen wir unterbringen ich habe keinen blassen dunst wo aber das müssen wir das was wie ein notausstieg irgendwo ne ja das wärs schon wie so ein notausstieg ja naja bloß halt ich brauche jetzt wieder wie und wohne ok habe ich umentschieden das da ist doch nicht so schön ja ja doch kommt dann machen wir zäunen legen ja doch das gefällt mir jetzt das gefällt mir meinte sieht jetzt auch ein wenig aus wie so funk macht aber das ist schon nicht so als leitungs wie heißt es so als leitungsdings dass du da oben quasi dann das wird es als leitungsmast missbraucht wäre ja auch eine idee naja ok pass auf so viel barriere da haben wir schon gar nicht ich muss aber tatsächlich sagen ich glaube ich da ist die frage was haben wir da unten gemacht haben wir da eins oder zwei gemacht oh das sieht nach schon heftig aus ne heftig ja heftig ja leider du bist mir jetzt zu viel cool zimmermann da haben wir barriere zimmermann ja ist zu weit das ist zu weit ja für viel reicht es hier oben nicht aber aber für einen kleinen ausblick das ist ein ziemlich luftig lebender mensch der kriegt auch hier ein schirm der kriegt auch hier tatsächlich ein schirm was das soll war ich weiß noch nicht was ich machen will mit dem ding da ich will es benutzen aber wo ich lasse es noch ein bisserl als man hier stehen damit ich ja und ich glaube wir machen hier ein deckel drauf also ach ich kann ja genau das kann jetzt das kann ich hier das da machen druck nein druckblatt ist es nicht sondern wo ist der deckel da ist der deckel da ist der deckel da will ich du kittes zimmermann macht man die nicht auf so ein ding da drauf oder macht man das dann moment oder macht man die dann hier drauf macht man tatsächlich ja aber das sieht dämlich das sieht ja schon dämlich oder ja genau nee das ist nicht so aber es geht auch nur wenn das ein ganzer block ist es geht nicht wenn das so ist du musst den ganzen block draus machen das ist doch auch kies jetzt ist genug aber egal wie wir machen jetzt dann einfach den da wieder weg zack ich überwinde barrieren die niemand gedacht hat dass ich überwinden werde darf ich da jetzt auch nicht mal durch ne ja das hat mir schon gedacht ach das geht auch nicht mensch ich baue ja schon hier wieder eine treppe ding sind da zack so zack ja so okay darf ich jetzt die dinger weg machen dankeschön fände ich schnuckelig nimmst mir nicht übel fände ich schnuckelig oh können wir ein kontrast machen wow ein kontrast oder wie schaut es aus der hammer was haben wir hier drauf wahrscheinlich auch oben ne ja wir haben auch gruppe drauf das heißt wir könnten da oben auch einfach tropen nehmen wenn es nicht zu lahm ist aber ja gut wieso nicht jetzt habe ich mich gerade umentschieden ne jetzt will ich halt hier doch das so machen ne nein nicht da hoch so gefällt es mir doch wieder besser aber so viel kreativität dass ich da gleich drauf kommen habe ich auch wieder nicht ne alles was jetzt wieder mit unserer tropen geschichte doch herrlich aber jetzt bei eigener stein macht auch keinen sinn da müssen wir dann tatsächlich auch so holz nehmen ne das ist okay aber was nehmen wir dann hierfür ich meine ein bisschen ein kontrast hätte ich schon gern drin aber nichts was hässliches buchstein vielleicht tatsächlich mal brauchen wir etwas leichteres vielleicht sowas da gut passt aber jetzt okay naja das war tatsächlich ganz okay da hätte ich jetzt gesagt das machen wir es so ich meine ja ihr könnt ja wieder anderes holz nehmen aber wir haben halt nur das holz das wollte ich machen gute frage wie schaut denn das eigentlich aus wenn ich das sieht komisch ne ja okay okay dann würde ich sagen danke fürs zugucken und bis zum nächsten mal da schauen wir dann ich meine das muss ich ja das ist das ist ein funkmast oh ebony's haus da da baumhaus naja bis zum nächsten mal tschau 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 tschau